Pascal und seine Familie kehren Harz und Herzlich den Rücken. Der Grund ist unendlich traurig. Ex-Benz-Barackler Pascal steigt bei Harz und Herzlich aus und erhebt schwere Vorwürfe. Ein geregeltes Leben lasse sich nicht mit den Dreharbeiten für die Sozialdoku vereinbaren. Was ist da los? Pascal! Wir werden angefeindet. Pascal, seine Schwester Selina und Mama Petra standen fünf Jahre lang für RTL 2 vor der Kamera. Jetzt ist Schluss. Der Grund? Mobbing. Die TV-Bekanntheit der Benz-Barackler hat viele Hater auf den Plan gerufen. Selbst der Umzug von Mannheim nach Dessau in Sachsen-Anhalt hat nichts gebracht. Egal wo wir hingehen, bekommen wir Stress. Die Leute feinden uns an, erzählt Pascal im Interview mit Mannheim24. Sowohl Hasskommentare im Internet wie Mobbing auf offener Straße gehören zum Alltag der kleinen Familie. Erst vor kurzem erzählte Pascal von den düsteren Seiten des Ruhmes. Harz und Herzlich – oder ein echtes Leben? Pascal, der sein Glück mit Freundin Lea in Dessau sucht, hat aber noch ein ganz anderes Problem. Die Machart von Harz und Herzlich. Denn die Familie fühlt sich durch die Sozialdoku in ein falsches Licht gerückt. RTL 2 strahle hauptsächlich negative Sachen aus, was wiederum dazu führt, dass potenzielle Arbeitgeber- und Vermietervorurteile gegenüber Pascal und seiner Familie hätten. Wenn die nur das Dramatische oder das Negative ausstrahlen, welcher Arbeitgeber nimmt uns dann noch an? Fragt sich der junge Mann hoffnungslos. Pascal, Ausstieg bei Harz und Herzlich. Die einzig mögliche Konsequenz für den ehemaligen Mannheimer. Pascal kehrt Harz und Herzlich den Rücken. Ab nächstes Jahr mache ich nicht mehr mit. Ich kann es psychisch nicht mehr, zeigt sich der TV-Star verletzlich. Harz und Herzlich ohne Pascal? Seine Fans werden ihn vermissen. 2 4 7 8 8. 9 12 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 13 12 9 10 11 17 18 9 11 17. 12 11 11 8 11 12 13 18 9 13 19